Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Donnerstagarten, zweites deutsches Fernsehen zur überwohnten Zeit. Klasse, dass Sie wieder mit dabei sind zu diesem Thema. Tja, wenn türkische Politiker in Deutschland nicht vor 100, sondern vor 10.000 Zuhörer reden, wenn so viele Deutsch-Türken in Erdogan ihr Vorbild sehen und sich für die Dinge hierzulande so wenig interessieren, dann, ja dann, ist der Stand der Integration offenbar deutlich schwächer als bisher. Angenommen, wie ein CDU-Politiker in diesen Tagen entgeistert feststellte. Ist daran allein Erdogan schuld? Schon lange sind die Deutsch-Türken statistisch eine der ärmsten Zuwanderungsgruppen, ihre Kinder, die mit den geringsten Schulerfolgen. Warum? Weil sie hier nie wirklich integriert waren? Weil die Deutschen immer Angst vor dem Islam hatten, wie Erdogan behauptet? Oder weil man als türkischer Einwanderer auch der dritten Generation hier ziemlich bequem in einer Parallelgesellschaft leben kann? Fragezeichen. Wir müssen reden mit diesen Gästen. Achmed Toprak, der Erziehungswissenschaftler, sagt, die Stimmung unter den Türkei-Stämmigen ist auf der Kippe. Erdogan spricht die Sprache der Abgehängten. Franziska Giffey, die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, stellt fest, Erdogans Politik spaltet die türkische Gemeinde. Das gefährdet unser Zusammenleben. Janan Topshu, die Autorin, sagt, wenn Türken der zweiten und dritten Generation gut finden, was in der Türkei passiert, dann fehlt offenbar das demokratische Verständnis. Paul Cimiak, der Vorsitzende der Jungen Union, fordert, wer hier lebt, der muss sich zu unserer Gesellschaft bekennen. Mustafa Yeneroglu, der türkische AKP-Abgeordnete, wuchs in Köln auf und sagt, Ich fühle mich der Gesellschaft in Deutschland genauso verpflichtet wie der in der Türkei. Und Cem Özdemir, der Grünen-Vorsitzende, sagt, In Deutschland die freiheitliche Demokratie genießen, aber in der Türkei die Einrichtung einer Diktatur befürworten, ist absurd. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie ganz herzlich in dieser Runde, liebe Zuschauer. Tja, wochenlang haben Wahlkampfauftritte von AKP-Politikern hier in Deutschland als auch in ganz Europa die Stimmung gemacht. Und nun gibt es seit Deutschland die Mitteilung, dass es keine weiteren Auftritte mehr geben wird bis zum Referendum. Herr Yeneroglu, können Sie uns ganz schnell erklären, warum? Warum keine Wahlkampfauftritte mehr von AKP-Politikern? Weil Informationsvermittlungsveranstaltungen sowieso unmöglich gemacht wurden, indem eben Veranstaltungen, die schon geplant gewesen sind, mit fadenscheidigen Argumenten von Behörden, von der Polizei, durch Druck und andere Mittel eben abgesagt wurden. Das ist der Grund. Die fühlten sich schlecht informiert, diese Behörden? Nein, nein, nein. Das sind ja immer unterschiedliche Argumente gewesen. Wären es zwei Veranstaltungen, die mit solchen Argumenten untersagt worden wären, dann hätte ich Ihnen recht gegeben. Es ist aber grundsätzlich unmöglich gemacht worden, dass insbesondere unser Lager, also solche, die für Ja plädieren, eben ihre Veranstaltungen nicht durchführen dürfen, während eben andere eben des Lagers der HDP, der JHP, überall im Lande ihre Veranstaltungen durchführen können, ohne dass jemand sich darüber aufgeregt hat. Das stimmt nicht. Genau diesen Eindruck hat die Mehrheit der Menschen in diesem Lande nicht. Dennoch sind wir tatsächlich gespalten. Woher kommt das? Warum gibt es diese Spaltung sowohl in der deutschen Community als auch in Deutschland? Ja, und damit sieht auch Herr Jenneroglu, dass wir uns um das ganze Bild bemühen. Cem Özdemir, Türken gegen Türken, Türken gegen Kurden, Deutsch-Türken gegen Deutsche. Wird mit diesem Referendum von Erdogan tatsächlich auch das Zusammenleben der Deutschen mit den Türken riskiert? Es wird das Zusammenleben riskiert von Deutschen mit Türken. Es wird das Zusammenleben riskiert von Türken mit Türken. Das geht ja zum Teil quer durch die Familien. Es geht durch Nachbarschaften, durch Freundschaften. Und es ist in jedem Fall nicht gut für unsere Gesellschaft, das Zusammenleben. Denn die Probleme meiner Kinder, die werden hier in Deutschland gelöst, nicht in der Türkei. Also ich habe natürlich ein gewisses Interesse, dass in der Türkei die Demokraten siegen. Aber egal, wer in der Türkei regiert, meine Probleme werden hier in Deutschland gelöst. Und das hat viel auch mit Versäumnissen der Integrationspolitik der letzten Jahre zu tun. Hätte man mal früher angefangen mit dem liberalen Staatsangehörigkeitsrecht, früher den Leuten gesagt, das ist eure Gesellschaft, ihr seid Teil dieses Landes. Wir wären heute an der anderen Stelle. Jetzt muss man das Versäumte steunigst nachholen. Mein Eindruck ist, die Absage hat nicht nur mit dem zu tun, was Herr Jenner-Urlo gesagt hat, sondern das hat auch damit zu tun, dass man, glaube ich, verstanden hat, das kippt gerade. Ich kenne auch Leute, die AKP wählen, die strikt gegen meine Position sind, aber merken, dass das, was da gerade passiert, extrem gefährlich ist. Weil das fördert die Populisten, das fördert die AfD, das ist ein Wahlaufruf für die AfD, was die AKP-Politiker hier an Tamtam vorgeführt haben. Und eines muss man mal klar sagen, Deutschland hat viele Probleme, aber wir sind eine großartige Demokratie. Hier gibt es keinen Faschismus, hier gibt es keine Diktatur, hier gibt es keinen Nationalsozialismus, keine Gaskammern. Und wer sowas sagt, der hat seinen Verstand irgendwo sitzen, aber nicht im Kopf. Canan Topscho ist bei uns. Frau Topscho, Sie sind freie Journalistin, Publizistin, Migrationsexpertin. Sie sind in der Türkei geboren und leben seit Ihrem achten Lebensjahr hier in Deutschland. Und Sie sagen, Sie möchten in diesem Referendum mit Nein plädieren. Wie zerstritten ist in Ihren Augen diese deutsch-türkische Community? Also was ich mitbekomme, sowohl privat unter den Freunden und Bekannten, als auch als Journalistin, die dazu recherchiert und sozusagen so ein bisschen in den Communities reinhört, stelle ich schon sehr stark fest, dass es diese Polarität gibt zwischen den Ja- und Nein-Befürwortern. Und auch, dass es eigentlich so richtig gute Freunde, die früher gute Freunde waren, auch mittlerweile keinen Kontakt mehr zueinander haben. Das ist das Extreme. Was weniger extrem ist, dass die Leute einfach dann das Thema aussparen. Also ich erlebe das ja auch bei mir. Ich habe auch so Türkei-Stimmen wie Nachbarn, mit denen ich eigentlich immer sehr ganz so gut auskam und wir vom Garten zu Garten auch miteinander ins Gespräch gekommen bin. Und ich habe so den Eindruck, dass dieses nachbarschaftliche Verhältnis auch sehr unterkühlt ist. Und auch eben aufgrund der politischen Situation in der Türkei und weil sie natürlich auch mitkriegen, wie ich mich positioniere. Erleben Sie sowas wie Zurückweisung, Misstrauen, Angst bei anderen? Ja, klar. Also wenn ich als Journalistin O-Töne brauche, dann ist es ganz schwierig, Menschen mit eigenen Namen, Originalnamen auch überhaupt dafür zu gewinnen. Sowohl die Erdogan-Anhänger als aber auch die Gegner. Die Erdogan-Anhänger mittlerweile, weil sie dann befürchten, dass sie Probleme irgendwie am Arbeitsplatz bekommen. Die Gegner, weil sie Anfeindungen und Denunziationen fürchten. Das ist mir ja auch passiert. Also ich habe einen Artikel in Zeit Online veröffentlicht und danach gab es anonyme Anrufe, die mich bedroht haben und die mir gesagt haben, wir werden dich nach Ankara melden und so schnell wirst du nicht mehr in die Türkei, oder was heißt, du wirst überhaupt nicht mehr in die Türkei einreißen. Und das finde ich schon ein starker Tobak, muss ich sagen. Ja, Franziska Giffey ist bei uns. Sie sind Stadtbezirksbürgermeisterin in dem sogenannten Problembezirk Neukölln. Frau Giffey, wie sehr merkt man in einer so starken Community wie der von Neukölln, dass da was passiert ist, dass es Spaltung gibt? Also wir merken das ganz deutlich. Wir haben ja bei uns in Neukölln 36.000 Deutsch-Türken, das sind 11 Prozent der Bevölkerung. Und eigentlich sind alle Gespräche, die ich führe, immer von der Antwort geprägt. Es gibt eine Spaltung so krass, wie wir sie noch nie vorher in der deutsch-türkischen Community hatten. Und das zeigt sich in allen Bereichen, vom Schulhof über die Elterngespräche, über die Frage, wie wird Jugendarbeit eigentlich gemacht? Wie befindet sich das im Straßenbild wieder? Wir haben jetzt aktuell in unserem gepflegten Garten, Denkmal, Körnerpark, Beschmierungen gehabt mit Tahrir. Also die eine Seite äußert sich, die andere äußert sich dann auch. Wir haben Menschen, die extrem vorsichtig werden, die sagen, wenn dir jemand am Herzen liegt, dann sprich nicht mit ihm über Politik, du weißt nicht, wo er steht. Und wir hören, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich will hier nicht mehr sein. Ich überlege wegzuziehen, weil in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft zu viele von der einen oder anderen Seite sind. Und das ist natürlich etwas, was uns zutiefst besorgt. Und es geht wirklich ein Riss durch die türkische Community, der dazu führt, dass Menschen eher von Angst geleitet sich zurückhalten, sich zurückziehen oder eben versuchen, irgendwie mit dieser Situation klarzukommen, indem sie es vermeiden, darüber zu reden. Und das alles ist nicht förderlich für die Demokratie und für unser friedliches Zusammenleben in so einer Stadt, die von so vielen verschiedenen Nationen geprägt ist. Damit haben wir Sie auch zitiert. Paul Ziemiak ist bei uns, der Vorsitzende der Jungen Union von der CDU. Herr Ziemiak, Herr Jenaruru hat es gerade erwähnt, AKP-Veranstaltungen werden abgesagt. Auf der anderen Seite am Samstag 30.000 Menschen, die für die PKK, für die verbotene PKK demonstrieren. Macht die deutsche Politik da irgendwie gerade eine gute Figur in Ihren Augen? Ich finde, die Bundeskanzlerin hat sich ziemlich klar geäußert, dass sie diese Beleidigungen, die permanent aus Ankara kommen, so nicht dulden wird. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Die AKP hat angekündigt, dass es keine weiteren Veranstaltungen geben wird, um hier auch die Dinge nicht durcheinander zu bringen. Jeder kann sich versammeln, jeder kann zu Veranstaltungen aufrufen. Aber was nicht sein kann, dass die türkische Regierung Politiker entsendet, vorher nicht nur die Bundesregierung beleidigt, sondern unser ganzes Land Politiker hier hinschickt, um Konflikte aus der Türkei in die deutsch-türkische Community zu tragen. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Und deswegen sage ich alle, die Politik machen wollen, die Politiker sind in der Türkei, die sollen das in der Türkei machen, dass hier Menschen sich versammeln. Übrigens bekämpfen wir alle, die zu Gewalt aufrufen. Auch die Anhänger der PKK, die wir als Terrororganisation einstufen. Es ist verboten, übrigens jetzt nach Anordnung des Bundesinnenministers auch das Bild des Vorsitzenden zu zeigen. Das darf man nicht. Insofern bekämpfen wir beides. Aber man sollte es nicht vermischen. Eine Botschaft ist klar, wir wollen nicht die Konflikte aus der Türkei hier in Deutschland haben. Und dennoch haben wir diese Türkei-Demonstration der PKK gesehen. Da waren auch Öcalan-Bilder zu sehen. Es gab eine entsprechende Aufregung darum, wiederum bei den AKP-Anhängern. Ist es gut, wenn die Bundeskanzlerin nur sagt, diese Vergleiche mit Nazi-Deutschland machen Sie traurig? Hätte sie nicht ein klareres Statement, eine klarere Aussage wählen müssen? Also ich hätte diese Geduld nicht gehabt. Ich habe mich unglaublich geärgert darüber. Es ist eine Unverschämtheit. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, auch im historischen Kontext, das, was die Bundesregierung macht, das, was wir Deutschen machen, zu vergleichen und als Nazi-Methoden anzuprangern. Aber die Bundeskanzlerin ist gelassener als ich. Sie ist diplomatischer. Aber am Ende hat sie jetzt das erreicht, was wir alle wollten, dass diese Veranstaltung nicht mehr stattfindet. Und das ist gut. Herr Jeneroglu, wir sind bei der Frage, ob die AKP ihre Anhänger einfach besser organisiert, ob sie insgesamt lauter ist und aggressiver ist oder ob die anderen einfach mehr Angst vor ihr haben? Das hat vielmehr damit zu tun, wie eben die Medien fokussieren und was sie ausblenden. Die Veranstaltung am Wochenende, die wurde vom PKK-Ableger, Navdem, organisiert. Eine Organisation, die normalerweise von der Verbotsverfügung der PKK aus dem Jahre 1993 erfasst ist. Leider ist diese Umsetzung nie vonstatten gegangen. Wir haben uns hier schon viel über die PKK-Beine gestritten. Moment, aber jetzt am Wochenende. Es geht nicht nur um die Bilder, die da eben überall quasi in jeder Hand waren, sondern eben um die Veranstaltung an sich. Die Veranstaltung hätte es so nicht geben dürfen. Wenn man sagt, die Terrororganisation ist verboten, dann reicht es nicht, wenn sie nur auf dem Papier verboten ist, sondern dann muss eben dieses Verbot auch umgesetzt werden. Es gibt in Deutschland 9000 Verfahren, allein Gelder einzusammeln, wird mit sieben Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Das wissen Sie alles, darüber sprachen wir hier schon. Sie erinnern sich an meine Frage. Sind sie besser organisiert, sind sie lauter oder haben die anderen einfach Angst? Dann sollten wir dieses Gefährdungspotenzial, die aus der PKK resultiert, nicht verharmlosen, indem wir immer wieder auf andere fokussieren und das, was da passiert, komplett ausblenden. Da sind 10.000 Menschen rumgelaufen, die Gewalt verherrlichen, die den Terror feiern und anstelle eben zu sagen, was hätte die Polizei denn sonst machen dürfen, hätte man eben vorher diese Veranstaltung unterbinden müssen. Und darüber hinaus, dass wir gegenwärtig eine Rhetorik haben, die wirklich eben uns allen wehtut, die eben so nicht schön ist und wo jeder eben abrüsten muss, das ist selbstverständlich. Ich erlebe auch in der türkischen Community, die gegenwärtig eben auch aufgrund dieser Situation auf der Straße Anfeindungen ausgesetzt sind. Ich habe heute Flugblätter in die Hand bekommen, wo es heißt, dass man bei Türken nicht mehr einkaufen möchte, weil eben man meint, das sind Erdogan-Befürworter. Kann ich Ihnen gleich zeigen, wenn Sie meinen, das würde nicht stimmen. Aber ich will nur fragen, welche Rhetorik meinen Sie? Sie haben die Rhetorik der Bundeskanzlerin und die Rhetorik von Ihrem Staatspräsidenten Erdogan. Welche Rhetorik ist jetzt die falsche? Erdogan wird seit 2015 als Diktator permanent bezeichnet, immer wieder in die Nähe von Adolf Hitler gerückt. Das hat man bis jetzt nicht gesehen. Von der Bundeskanzlerin. Von der Bundeskanzlerin nicht. Und deswegen bezeichnet er das als Nazi-Methoden, was die Bundeskanzlerin macht. Er hat nicht das, was die Bundeskanzlerin gemacht hat, sondern eben im Allgemeinen. Das, was passiert. Er hat die Bundeskanzlerin auch angesprochen. Und das, was passiert, insbesondere die Versammlungsverbote, die Meinungsäußerungsverbote, die natürlich Deutschland im Moment auch nicht würdig sind. Und dennoch versammeln Sie sich, Herr Jenerö. Es gehört sich nicht in einem freisdemokratischen Land, dass man eben die Versammlung, die Meinungsäußerung Menschen verbietet. Und es gibt in diesem Land auch keine Gaskammern. Wir wollen hier heute versuchen, ein bisschen tiefer zu machen. Ich bin in diesem Land aufgewachsen. Ich fühle mich dieser Gesellschaft tief verpflichtet. Wo ist Ihre Heimat, würde ich Sie fragen. Sie sind in Köln groß geworden, Herr Jenerö. Meine Heimat ist da. Heute wollen wir darüber reden, warum Deutsch-Türken sich in diesem Land nicht zu Hause fühlen. Warum? Woher? Das ist unser Thema heute. Ja, aber das stimmt gar nicht. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, ob Sie sich in Köln zu Hause fühlen. Selbstverständlich fühle ich mich in Köln zu Hause und auch beheimatet. Immer wenn ich in Köln bin, bin ich glücklich, so wie meine Familie auch. Deswegen diese Herleitung, dass man sagt, entweder ist man für Erdogan oder für die freiheitliche Demokratie oder entweder ist man für, wenn man für Deutschland ist, ist man gegen Erdogan. Das ist eben das Problem. Das spaltet dieses Land. Das spaltet die Community, die tückische Community. Wir wollen es verstehen. Und insbesondere die PKK-Verherrlichung in diesem Land. Sie müssen aber auch überlegen, warum man eben der türkischen Gesellschaft in der Türkei nicht vermitteln kann, dass in Deutschland die PKK so viele Möglichkeiten hat, während in der Türkei täglich Menschen ermordet werden. Wir haben darüber ganz ausführlich hier schon gesprochen. Ich würde einfach mal sagen, es ist auch schon argumentiert worden, auch den Verfassungsschutzbericht haben wir beide schon besprochen, Herr Jennerudu. Heute wollen wir etwas anderes verstehen. Wir wollen verstehen, Frau Topschuh, warum ein SPD-Politiker in Hessen sagt, wer hier aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, der kann doch nicht unkritisch akzeptieren, was Erdogan sagt. Sagt Torgut Yüksel. Was haben unsere Schulen falsch gemacht? Ja, also es haben nicht nur die Schulen was falsch gemacht. Sicherlich ist auch in den Schulen was falsch gelaufen. In den Schulen ist, also falsch gemacht ist immer so ein bisschen, ich bin nicht jemand, die da so mit Angriff, es sind Versäumnisse. Und eines der Versäumnisse, was in den Schulen, dass vielleicht auch so die Migrationsgeschichte nicht überhaupt so auftauchte, dass die, also so ein Forum für Selbstreflexion für Kinder und Schüler nicht da war. Da ändert sich ja auch, was die Schulbücher ändern sich ja auch mittlerweile, das dauert halt immer ein bisschen länger, bis das so in Gang kommt. Und was vielleicht auch in den Schulen falsch gemacht wurde ist oder wird, dass in den Geschichtsbüchern eigentlich, ich meine, ich bin damit aufgewachsen, dass ich mich mit dem Merkantilismus in Frankreich beschäftigt habe. Und aber die Geschichte der Türkei, des Osmanischen Reiches oder wie auch immer, oder jedenfalls die Geschichte der Länder, aus denen eine Mehrheit auch der Migranten stammt, taucht ja gar nicht auf. Ich denke, das wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, wenn die Geschichten in den Schulen auftauchen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, eine andere Perspektive darauf zu bekommen und nicht nur mit diesem Größenwahn, mit dem ja auch das Osmanische Reich verherrlicht wird und dass diese offizielle Version auch bei den Leuten dann immer so eingetrichtert wird. Also dass da irgendwie auch so ein Gegenpol geschaffen wurde. Okay, wir fragen nochmal ihr Vis-à-vis, Frau Giffey. Gleiche Frage. Versagen die Schulen in Deutschland in Bezug auf die Deutsch-Türken, auf die jungen Migranten oder was würden Sie sagen, wollen Sie es nicht wissen? Ich glaube, man kann das nicht so allgemein feststellen, dass die Schulen versagen. Natürlich ist es ganz notwendig, dass in den Schulen dieser Konflikt auch thematisiert wird, dass darüber gesprochen wird. Aber das ist ein Anspruch an politische Bildung im schulischen Bereich über aktuelle Geschehnisse dieser Zeit. Das sind ja Dinge, die unsere jungen Leute beschäftigen. Die Konflikte dieser Welt spielen sich auf den Schulhöfen bei uns ab. Und da gibt es einen unglaublichen Redebedarf und der muss gestillt werden. Und es geht ja auch darum, wir erleben, dass viele Kinder zu Hause die optisch-akustische Tapete Fernseher und nicht unbedingt deutsches Fernsehen, sondern dann türkisches, arabisches Fernsehen permanent dabei haben. Da werden Botschaften übermittelt, die vielleicht andere sind als in Sendern bei uns. Und davon sind sie geprägt. Und wenn das nicht reflektiert werden kann, wenn es keinen anderen Raum gibt, um darüber zu sprechen, dann ist das hochproblematisch. Und es geht letztendlich um politische Aufklärung und Bildung. Und die muss bei den Kindern und Jugendlichen einsetzen. Das ist enorm wichtig. Und das ist auch unsere Aufgabe für die kommende Zeit. Herr Zimjag, an Ihrer Vita ist interessant, dass Sie als kleines Kind mit Ihren Eltern aus Polen kamen und natürlich wissen, was es heißt, sich zu integrieren in diesem Land. Was hat man Ihnen da besonders schwer gemacht als polnische Zuwandererfamilie, was nicht? Und was würden Sie denken, macht einen Bürger dann zu einem Staatsbürger? Ich glaube, auf die letzte Frage zu antworten ist einfach das eigene Bekenntnis. Möchte ich Deutscher sein oder nicht? Sage ich Steinmeier ist unser Bundespräsident oder ist das irgendjemand anders? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich hatte es besonders leicht, weil als ich in den Kindergarten kam, ich konnte zwar kein Deutsch, aber es gab wenig andere Kinder, die kein Deutsch konnten. Und deswegen hat das ohne Integrationskurs spielerisch geklappt. Und deswegen warne ich davor, wenn wir Klassen haben, wie in einigen Stadtteilen, das wird bei Ihnen ähnlich sein, wie im Ruhrgebiet auch, wo 50, 60, 70 Prozent der Kinder aus Haushalten kommen, wo zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, wo türkisches oder arabisches Fernsehen läuft, dann haben die Kinder es unheimlich schwer. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, machen wir uns nichts vor, dass es natürlich einfacher ist, wenn eine Familie, die kulturell natürlich aus Polen, katholisches Milieu, hat es in Nordrhein-Westfalen ein Stück weit einfacher, als wenn ich jetzt beispielsweise aus der Türkei oder aus anderen Kulturen komme, das ist einfach schwieriger und deswegen brauchen wir mehr Anstrengung, um diese Menschen dann zu integrieren. Unbedingt, darüber werden wir reden. In die aktuelle Debatte, Herr Oestemir, das war interessant, hat ausgerechnet Peter Altmaier, der Kanzleramtsminister, die Ehre integriert. Er sprach plötzlich von der deutschen Ehre, die es auch gäbe, in der Auseinandersetzung mit dem türkischen Präsidenten. Ist das in Ihren Augen eine gute Kategorie im politischen Wettstreit? Ich weiß nicht, ob man die Ehre bemühen muss, aber dass die Bundesregierung sehr lange gebraucht hat, bis sie aufgewacht hat ein bisschen mal zu klaren Worten gefunden hat. Das hat, glaube ich, der Letzte mitbekommen in dieser Republik. Ich meine, die Kanzlerin war jetzt in den letzten Monaten häufiger in der Türkei wie in den zehn Jahren davor, auffällig oft kurz vor Wahlen. Das konnte man schon fast als eine Art Wahlhilfe für Herrn Erdogan verstehen, dass sie jetzt angesichts dieser skandalösen Äußerung von Herrn Erdogan einen Kurswechsel vorgenommen hat. Das begrüße ich, aber es hat auch sehr lange gebraucht, bis man endlich mal klargemacht hat, was geht und was nicht geht in diesem Land. Es gibt einfach bestimmte Grenzen. Das wirkt sich aus auf die Integrationspolitik. Ich habe ein weiteres Beispiel. Schauen Sie, als ich ein Kind war, da habe ich das ZDF eingeschaltet und da gab es eine muttersprachliche Sendung. Kein schlechter Sinne. Und diese muttersprachliche Sendung, die es beim ZDF gab und beim WDR gab es eine Radiosendung, das war die einzige Informationsquelle, die 1980 nach dem Militärputsch war, wo man demokratische, rechtsstaatliche Informationen bekam, weil es türkischsprachige Journalisten, die bei deutschen Fernsehsendern angestellt waren und nichtzensierte Informationen verbreitet haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als kleiner Junge, wie wir da Informationen bekommen haben, die wir in dem gleichgeschalteten türkischen Fernsehen nicht bekommen haben. Jetzt ist es wieder so. Praktisch alle Fernsehsender der Türkei sind gleichgeschaltet. Die wenigen, die nicht zum Erdogan-Empire gehören, die zensieren sich selber aus Angst, dass sie die Nächsten sind. Das heißt, Sie können hier in Deutschland leben, ein türkisches Fernsehen anschauen und man erzählt Ihnen 24 Stunden am Tag, dass Sie hier auf Feindesteritorium leben. Das, was wir jetzt gehört haben an Äußerungen von Herrn Erdogan, das wird im türkischen Fernsehen regelmäßig gesendet. Wenn Sie sich das anschauen, dann haben Sie das Gefühl, Sie sind hier umstellt von Leuten, die Ihnen Böses wollen. Das wird die Integration nicht leichter machen. Übrigens, ein ähnliches Phänomen haben wir auch bei den Deutschrussen zum Teil, was die Fernsehsender angeht. Ich bediere dringend dafür, dass wir endlich die Auseinandersetzung annehmen, Kopf und Herz der Deutschtürken zu gewinnen für dieses Land. Von mir aus sollen die Konservativen, die CDU gehen, die Fortschrittlichen sollen zu uns gehen, ein paar dürfen auch noch zur SPD gehen. Aber hier in diese Gesellschaft hinein, da müssen Sie rein. So, wir sind bei einer interessanten Frage. Über die politischen Konsequenzen reden wir unbedingt noch. Ich freue mich, einen Erziehungswissenschaftler aus Dortmund begrüßen zu können, und zwar Professor Achmed Toprak. Herr Toprak, klasse, dass Sie heute bei uns sind. Wir möchten gerne verstehen. Sind die Deutsch-Türken konservative? Warum sind sie konservativ? Konservativismus ist erst mal gar nicht mal was Schlechtes. Das will die CDU auch, ja. Ja, weil man sagt jetzt zur CDU, die hat sich zu sehr in die Mitte bewegt, was natürlich die rechten Ränder vielleicht vergessen wurde. Also grundsätzlich ist es nicht schlecht. Aber Migranten als Soldiers sind immer in Diaspora im Vergleich zu Herkunftsländern konservativer. Also das gilt für alle Migranten im Allgemeinen. Und bei Türkei-Stimmigen sind sie auch natürlich konservativer. Deshalb, weil sie auch seit 1973 gibt es einen Anwerbestopp. Und wir haben mit Türkei-Stimmigen zu tun, die erste, zweite, dritte Generation sind. Und wenn man sich die Struktur der ersten Generation anschaut, sind meistens Menschen aus den ländlich geprägten Gebieten, aus wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten zu uns gekommen, die auch vielleicht teilweise Analphabet waren, etc. Das trägt natürlich dazu bei, dass das Bildungsniveau sich in Deutschland nicht, im Vergleich zu Eltern hat sich das verbessert, aber dann doch nicht. Und deshalb sind natürlich grundsätzlich, weil sie aus anderen Strukturen merkbaren kommen, Türkei-Stimmigen und Konservativen. Das heißt aber nicht, dass sie per se dann CDU wählen. Das ist ja das Groteske, dass sie nicht CDU wählen, weil CDU für sie keine ausländerfreundliche Politik betreibt. Und deshalb neigen viele dazu dann zu sagen, meine politische Heimat ist jetzt endlich AKP, weil das deren Milieu darlegt. Weil die Anhänger von Erdogan kommen meistens auch aus diesen Milieus, aus ländlich geprägten, frommen Milieus. Und jetzt ist Erdogan einer von denen, der genau dieses Milieu bedingt. An wen, nur damit wir das verstehen, an wen wendet sich Erdogan aus Ihrer Sicht? Wendet er sich an die Türken hier in der Türkei, wenn er spricht? Oder wendet er sich eigentlich an die Türken in der Türkei? Also ich glaube... In Deutschland, Entschuldigung. Oder an die Türken in der Türkei? Ich möchte jetzt nicht immer Erdogan sagen, weil ich kann den Namen nicht mehr hören, muss ich in dieser Form sagen. Die AKP-Regierung, sagen wir mal Folgendes, weil normalerweise darf er gar nicht sich äußern. Der ist ja eigentlich Präsident. Seine Aufgabe ist so wie der deutsche Präsident. Eigentlich sollte er sich gar nicht so den politischen Sachen eigentlich in das Altersgeschäft nicht mischen. Wenn man sich die AKP-Regierung anschaut, was machen sie? Die Doppelstrategie. Das heißt, ich möchte von den Problemen, die im Land sind, Wirtschaftsabschwung, Arbeitslosigkeit, Inflationsrate, Lira geht den Bergab, das heißt, ich möchte davon ablenken. Was kann ich am besten ablenken, wenn ich Feinde habe? Welchen Feinde? Die bösen Europäer, die uns dann schlecht behandeln. Also das heißt, es wird eine Opferrolle aufgebaut, die dementsprechend auch natürlich einerseits den Türkei-Stimmigen in Deutschland suggeriert, schaut mal, die bösen Deutschen, wir verstehen euch ja, euch geht es ja auch ja so, was Herr Jenerudel jetzt gerade gemacht hat, diese Opferhaltung ist ja stellvertretend für Erdogan und dann am Ende für Türkei-Stimmige. Das ist so dieses Schema, das wir kennen und das hat auch natürlich Struktur im Sinne von in die Opferrolle begeben und dann muss man ja darauf reagieren und wenn man darauf reagiert, dann sind die Bösen, die dann uns Türken, uns Muslimen und uns was auch immer schlecht behandeln. Seht her, ich kenne euch, ich weiß, was ihr fühlt. Das ist die Strategie. So, stimmt es eigentlich, das ist eine weitere Untersuchung von Ihnen, dass die Deutsch-Türken in erster Linie AKP wählen? Das muss man relativieren, man muss sich ein paar Zahlen anschauen. Wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, ist es folgendes, es gibt in Deutschland drei Millionen Türkei-Stimmige. Warum sage ich Türkei-Stimmige? Weil es sind Kurden dabei, Aleviten, Sunniten, Schiiten, alles Mögliche ist dabei. Deshalb Türkei-Stimmige und von denen sind 1,4 Millionen wahlberechtigt. Das heißt, ich kann nicht wählen, ich bin deutscher Staatsbürger. Ich kann jetzt nicht wählen gehen, es sei denn, ich wähle im Bundestag. Und von diesen 1,4 Millionen haben sich über 40 Prozent beim letzten Mal bei den Wahllokalen registriert. Und von diesen 40 Prozent, die sich registriert haben, haben 59,6 Prozent AKP gewählt. Und ich habe neun andere These. Meine These sagt auch, dass die meisten gut Integrierten wählen auch aus zwei Gründen nicht AKP, weil sie nicht wählen dürfen, weil sie Deutsche sind, deshalb dürfen sie nicht wählen. Und auf der anderen Seite wählen sie auch AKP nicht, weil sie natürlich auch meistens gut Integrierte, Reflektierte, auch dann, was auch Frau Giffey gesagt hat, die auch dann Sachen hinterfragen, die auch dann natürlich das Demokratieverständnis, die politische Bildung ist ausgeprägt. Und die sind meistens eingebürgert. Und dann nur noch mal, um es zu verstehen, 1,5 Millionen sind wahlberechtigt. Da haben sich davon 40 Prozent überhaupt nur Wahlbeteiligung. Die haben sich zu 60 Prozent für die AKP ausgesprochen. Wir reden also über 300.000 Bürger, die die AKP gewählt haben. Muss man auch noch mal verstehen, über welche Relationen wir eigentlich sprechen. Deshalb die Aufregung habe ich nicht verstanden. Woher kommt trotzdem die Faszination, ist die nächste Frage. Woher kommt die Faszination für junge Deutsch-Türken, für die AKP? Also bei der dritten Generation, wenn man sich die erste, zweite Generation, das ist man auch so vor. Haben Sie erklärt? Genau, aber bei der dritten Generation, eigentlich, wenn man die fragen würde, was sind die Grundlinien der Erdogan-Politik? Sie kriegen keine vier Sätze zusammen. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt und dann sagen sie, ja klar, Erdogan hat das dann groß gemacht, Erdogan hat jenes Flughafen gebaut, Straßen gebaut, etc. Aber das war es dann aber auch. Mehr kommt auch nicht. Aber wenn man sich den Habitus anschaut, welche Politik verfolgt Erdogan, was steht dahinter? Da kommt nicht viel. Meine These ist folgendermaßen, es geht gar nicht um Erdogans Politik, sondern es geht um Protest. Protest, alle sind gegen Erdogan. Die Deutschen sind alle sowieso gefühlt gegen Erdogan. Die Hälfte der Türkei-Stimmigen ist auch gegen Erdogan. Und viele reden despektivisch über ihn, aus Sicht dieser jungen Männer, Menschen. Und dann kann ich ja provozieren. Wenn ich für Erdogan bin und dann mit Erdogan konterfrei durch die Gegend laufe, mit Türkei fahren und schwenke, alle kriegen einen Hals. Und dann kann ich dann provozieren. Und mit dieser Provokation zeige ich meinen Protest. Und das sind meistens auch die Abgehängten. Und die Abgehängten nicht missverstehen. Die Abgehängten sind auch nicht diejenigen, die keinen Schulabschluss haben. Es gibt auch viele Akademiker, die sich abgehängt fühlen, ob das so ist oder nicht so ist. Das können wir nicht feststellen. Aber vom Gefühl her fühlen sie sich abgehängt. Also Provokation ist wichtig und Emotion ist wichtig. Emotion ist ganz wichtig. Und wir reden über die Frage vielleicht dann doch des sich abgehängt fühlens, warum das so ist. Und haben mal mit ihrem freundlichen Einverständnis angeschaut, wie allein die Chancen in dieser Gerechtigkeit eben für Akademiker beispielsweise sind. Und ob die Politik auch da Vorreiter ist. Sie ist es häufig. Sie setzt sich für Minderheitenrechte ein. Sie setzt sich für eine Frauenquote ein. Aber ausgerechnet auf diesem Feld ist sie es nicht. Schauen Sie mal. Das sind 0,2 Prozent, um das noch zu ergänzen. Herr Toprak, Sie haben es auch geschafft. War das schwer? Der Weg nach oben ist steinig, muss man dazu sagen. Was natürlich bei mir auch noch dazu kommt, ich bin auch innerhalb der Fakultät noch aufgeschrieben. Ich bin auch noch Dekan. Das heißt nicht aber, dass das einem geschenkt wird, sondern man muss sich richtig darum kümmern. Ja, ich habe mit 31 Jahren promoviert. Und als ich dann mit der Promotion fertig war, hat man mich an den Hochschulen nicht ernst genommen, weil ich einfach A zu jung war, B auch zu jung ausgeschaut habe. Und das hat dazu beigetragen, dass man mich gar nicht eingeladen hat zu den Probevorlesungen. Das heißt, man muss hart arbeiten. Aber ich habe aus eigener Erfahrung gesehen, dass das möglich ist, wenn man dann nicht aufgibt. Was Frau Giffey auch gesagt hat, zum Beispiel in den Schulen. Als ich in den 80ern in die Schule gekommen bin, war das Problem in der Tat so, dass wir in türkische Vorbereitungsklassen reingesteckt werden. Und ich dachte, ich werde in die deutsche Regelklasse vorbereitet. Nein, ich wurde gar nicht darauf vorbereitet, sondern ich wurde auf eine Rückkehr in die Türkei vorbereitet. Ich hätte mir gewünscht, dass man mich dann in die Regelklasse vorbereitet, damit ich mich dann mit Deutsch und sonstigen Sachen zurechtfinde. Nein, damals war eher sowas in der Tat. Und was ich aber noch jetzt in Bezug auf diese Jugendliche sagen möchte, wenn man jetzt sagt, wir müssen restriktiv sein in Bezug auf Immigrationspolitik, kann das genau das Gegenteil bewirken. Also mein Vorschlag wäre, dass Frau Merkel als Gegenpult sich präsentiert und sagt, ich bin eure Kanzlerin, eine Sachpolitikerin, die dann sich auch präsentiert, aber nicht auf der Semantik, in der sie sich präsentiert, sondern auch Angebote macht, sich auch um Türkei stimmig gekümmert. Zum Beispiel doppelte Staatsbürgerschaft darf nicht in Frage gestellt werden. Man muss vielleicht bei der Einbürgerung Erleichterung machen. Das heißt, ich würde eher in diese Richtung gehen, denen das Gefühl geben, ja, ich bin eure Kanzlerin, ich kümmere mich um euch, dann kommt doch und die Hand reichen. Wir wissen, wenn man mit Strenge zugeht, das führt nur dazu, dass man sich zurücknimmt. Herr Toprak, klasse, dass Sie heute bei uns sind. Vielen herzlichen Dank. Mit zwei Fragen zurück in diese Runde. Herr Topschuh, möchten junge Migranten hier in Deutschland lieber gefürchtet werden als geliebt? Stichwort Provokation. Also ich habe jetzt selber keine Umfragen dazu gemacht, wenn Herr Toprak das meint. Kann schon sein. Also ich möchte geliebt werden und ich habe den Eindruck, dass ich geliebt werde eher, wenn ich auch eine Verbundenheit zu Deutschland entwickle und auch diese Verbundenheit auch lebe. Also wenn man geliebt werden möchte, sollte man sich nicht unbedingt an das Herkunftsland der Eltern und Großeltern orientieren. So, Punkt. Sondern sich auch für das Land seiner neuen Heimat interessieren. Herr Siemerk, wir sind bei der entscheidenden Frage, Herr Toprak hat es gerade erwähnt, dass es ein konservatives Klientel unter diesen Deutschtürken gibt. Hat die CDU, die Bundeskanzlerin wurde konkret angesprochen, hat die CDU da auch ein Wählerpotenzial verschenkt? Weil interessanterweise wählen bei Bundestagswahlen die Deutsch-Türken tatsächlich eher links. Denn sie fühlen bei der Union eine Ablehnung. Ja, weil wir für klare Regeln sind und wir sehen jetzt, was in Deutschland passiert ist. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen der Integration. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, weil wir davon ausgegangen sind, die Menschen gehen wieder zurück in die Türkei. Wir brauchen uns nicht kümmern. Da haben wir zu wenig gemacht. Und auf der anderen Seite haben wir zu lange ein buntes Fest der Kulturen gefeiert. Gesagt, Multikulti ist gut. Ein Grünen-Politiker hat gesagt, naja, wenn die Leute sich beschweren, dass sie auf der Straße irgendwo in Neukölln oder Kreuzberg die Sprache nicht verstehen, dann sollen sie eben Türkisch oder Arabisch lernen. Und wir sehen ja, das war Ihr Kollege im Deutschen Bundestag. Wir haben die Deutsch-Politik eingeführt für Einbürgungen, Herr Ziemi. Lassen Sie mich ausreden. Sie sind doch gleich dran. Wir sehen, dass wenn Sie in Moscheen gehen, und wenn Sie in Moscheen gehen, und ich mache das regelmäßig, und Sie versuchen mal mit dem Imam zu sprechen, dass der einen Übersetzer braucht, einen Imam, der schon länger hier ist, der sich um Jugendliche kümmert. Solange die Leute in Moscheen sich um Jugendliche, die hier in Deutschland leben, kümmern, die kein Deutsch können, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Leute nicht ankommen, und die CDU spricht diese Themen an, und ist deshalb bei vielen auch nicht beliebt. Wir sind bei der politischen Alternative. Herr Özdemir, noch mal zurück zu dem, wie sehr die deutschen Parteien tatsächlich auch mit den Deutsch-Türken leben und arbeiten. Die Grünen haben diskutiert, dass es ein Ausländerwahlrecht in Nordrhein-Westfalen geben soll. Wäre das in Sachen Integration tatsächlich in den kommunalen Ämtern, dann auch AKP-Vertreter zu sitzen zu haben, nicht eine echte Alternative? Das ist jetzt abschlägig beschrieben worden? Nicht ein Ausländerwahlrecht, sondern das Kommunalwahlrecht, das es bereits gibt innerhalb der Europäischen Union für sogenannte EU-Ausländer auszudehnen, auf Drittstaaten-Ausländer. In der gegenwärtigen Situation ist es so, wenn Sie ein halbes Jahr aus Portugal, in Dortmund beispielsweise leben, dürfen Sie bei den Kommunalwahlen mitwählen, aktives, passives Wahlrecht. Wenn Sie aber aus dem Land kommen außerhalb der Europäischen Union, beispielsweise aus Bosnien-Herzegowina, aus Serbien, dann dürfen Sie das nicht. Selbst wenn Sie 30, 40, 50 Jahre hier gelebt haben, das ist in den meisten Ländern der Europäischen Union geändert, und das wollen wir hier genauso machen. Stichwort Integration. Das ist aber nicht... Eben, eben, Integration, weil die Musik hier spielt, in Deutschland, spielt nicht in der Türkei, spielt nicht. Ich will doch die junge Generation dafür begeistern, dass sie, ich habe es gerade schon gesagt, von mir aus bei Ihnen und bei Ihnen in der Partei sind und gerne auch bei uns, aber wichtig, dass Sie hier mitmachen. Darum geht es hier. Und jetzt will ich mal was zum Thema Integration haben, Herr Ziemjag. Sie haben recht, im Reden sind Sie wirklich sehr gut. Aber die Sprachkurse verbindlich eingeführt haben wir, als wir regiert haben. Davor gab es die nicht. Wir haben dafür gesorgt, dass hier geborene Kinder mit der Geburt deutsche Staatsbürger wären. Ich bin in Deutschland geboren. Ich spreche besser Schwäbisch wie Türkisch. Leider, die ersten Worte, die ich im Kreißsaal gehört habe, waren Schwäbisch, nicht Türkisch, von den ganzen Leuten, die drumherum standen. Und trotzdem war ich in meinem Land, und ich liebe die Schwäbische Alb mindestens so sehr, wie die Leute dort. Ich war erst mal Ausländer. Das ist doch Irrsinn. Wir müssen doch dafür sorgen, Kinder, die hier geboren werden, die sollen von Anfang an als Bürger unseres Landes aufwachsen, damit sie eben nicht zu den Erdogans, zu den Putins, zu den Orbans dieser Welt pilgern. Ich will sie doch hier reinholen. Helfen Sie mir dabei. Ich helfe Ihnen doch sofort. Wir haben die Diskussion ja über die doppelte Staatsbürgerschaft gehabt. Ich kann verstehen, wenn Menschen aus der Türkei hingekommen sind, dass die natürlich, das Herz hängt natürlich auch noch in dem Land, woher sie kommen, gar keine Freiheit. Das ist eine Frage auch von Identifikation. Aber ich bin doch ganz bei Ihnen, Herr Zermitt. Dann lassen Sie uns doch gemeinsam sagen, diejenigen, die hier geboren sind, die auch hier hingekommen sind, bekennt euch zu Deutschland, integriert euch. Und am Ende der Integration steht der deutsche Pass, für den man sich dann auch entscheiden muss. Und dann kann man auch wählen, dann hat man ein aktives und passives Wahlrecht. Das, was die Grünen fordern, lassen Sie mich nass aussagen. Die sagen nicht, am Ende steht der Pass und am Ende steht das Wahlrecht. Die sagen, egal aus welchem Land man kommt, alle dürfen wählen, alle dürfen alle Rechte haben. Und alle kriegen sofort den Pass. Ich finde, als erstes die Integration ist jetzt ein bisschen zu einfach. Herr Zermitt, wir möchten ja verstehen, warum es solche Übersetzungsschwierigkeiten im übertragenen Sinne in der deutsch-türkischen Community gibt. Warum, Frau Giffey, ist es immer noch so, dass die Menschen aus der Türkei kommen, das Gefühl haben, dass sie im Kopf und im Herzen eher mit der Heimat verbunden sind, mit der alten Heimat verbunden sind, als sich hier zu Hause zu fühlen. Was ist Ihr Befund? Warum fühlt man sich hier nicht zu Hause? Zunächst mal glaube ich, dass der deutsche Pass alleine nicht zur Integration führt. Es ist weder eine Garantie, wenn ich den deutschen Pass habe, dass ich mich integriere, noch ist es automatisch eine Gefahr für die Integration, wenn jemand zwei Pässe besitzt. Denn die Integration liegt an einem anderen Punkt. Es geht darum, dass Menschen sich zugehörig fühlen müssen, als Teil der Gemeinschaft. Und dafür müssen sie sich akzeptiert und gewertschätzt fühlen. Solange wir immer noch die Debatte darüber haben, wie viele Kinder in einer Schule N, D, H sind, nicht deutscher Herkunft, sie haben also einen Makel, sie sind nicht deutsch oder sie sind deutscher Herkunft, solange wird es immer diese Unterscheidung geben. Kindergartenkinder lernen schon, welcher Identität sie denn nun zugehören. Ich komme in eine Kita und lese vor und ich habe nur Fünfjährige vor mir sitzen und der Erste sagt, ich bin Araber und ich bin Türke. Und dann sage ich, sag mal, Kinder, wo seid ihr denn geboren? Na, in Berlin. So, und dann fragt man sich natürlich... Aber das sind doch die Eltern. Ja, und dann fragt man sich natürlich, woher kommt das? Natürlich kommt das auch aus dem Elternhaus. Es kommt daher, dass schon Kinder hin- und hergerissen sind zwischen zwei Welten. Zwischen der, die zu Hause vorgelebt wird und der, die sie in der Kita, in der Schule, im sonstigen Leben erleben. Und die Frage ist doch am Ende des Tages, wie schaffen wir es, dass sich Menschen als Teil dieses Landes führen? Und ich glaube nicht, dass es so entscheidend ist, dass man nun sagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, wo ihr hingehört. Die Wurzeln kann doch niemand verleugnen. Jeder, der geboren ist, kann nicht beeinflussen, in welche Wiege er gelegt wird. Und mir zum Beispiel als Neuköllner Bürgermeisterin, mir ist es wichtig, Bürgermeisterin für alle Neuköllnerinnen und Neuköllner zu sein. Egal, wo die Wurzeln der Eltern liegen, wo jemand geboren ist, welche Sprache im Herkunftsland gesprochen wird. Mir ist wichtig, dass die, die bei uns leben, sich an demokratische Werte halten, dass sie die Regeln unseres Zusammenlebens einhalten. Und dafür müssen wir doch streiten. Und da müssen wir endlich mal zu einer Normalität auch kommen. Zu einer Normalität von Zusammenleben, die nicht permanent den Unterschied betont, sondern es schaffen, dass die Leute einfach ganz normal ihren Weg machen können. Junge Leute, junge Frauen, die hier studiert haben, aufgewachsen sind, die sich immer noch als Türkenen auch von anderen gesehen fühlen. Die sagen, du weißt du, ich fühle mich nicht richtig deutsch, weil ich werde von anderen auch nicht so gesehen. Und darüber müssen wir auch reden. Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und natürlich, wie der Herr Professor das sagte, jeder muss selber seinen Beitrag dazu leisten. Jeder muss hart arbeiten und einen eigenen Willen haben. Aber es geht auch schon darum, wie diskutieren wir Zugehörigkeit. Und das ist ein gutes Signal, wenn Politiker auch sagen, wir sind für alle da, die hier in unserem Land leben. Und nicht die Staatsbürgerschaft gleich zu Beginn, als entscheidende Frage in den Raum gestellt wird. Wir gucken uns, bevor wir zu den politischen Konsequenzen noch mal kommen, wie es tatsächlich den Deutsch-Türken in Deutschland geht und ihren Nachbarn. Schauen Sie mal. So, Herr Ziniak, wir sind bei der Analyse. Wenn 50% der Deutsch-Türken sagen, sie fühlen sich in Deutschland nicht zu Hause und sie fühlen sich als Menschen zweiter Klasse, das kann nicht nur Einbildung sein, nach dem, was wir hier von den Datenerhebern bekommen. Das glaube ich. Ich glaube, beides ist richtig. Das eine ist, sich vielleicht nicht zugehörig gefühlen, nicht akzeptiert werden. Und ich weiß ja, wenn ich ins Taxi steige und man zahlt mit der Karte in Berlin, ist das möglich. Und dann sieht der Taxifahrer meine Nachnamen, dann fragt er auch manchmal, sind Sie Deutscher? Und das gibt es ja in der türkischen Community häufig, wenn man einen anders klingenden Namen hat. Das sind so Momente, wo man das erlebt. Das ist richtig. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns mehr bemühen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, wir fordern etwas dafür. Man muss sich auch anstrengen. Das hat was mit Bildung zu tun, dass wir die Eltern in die Pflicht nehmen. Denn die Zahlen, die Sie dort gezeigt haben, hat ja nicht nur was damit zu tun, dass die Menschen aus einem anderen Land kommen, sondern dass die, die damals gekommen sind, häufig über wenig oder kaum Schulausbildung gehabt haben, einfache Tätigkeit hier verrichtet haben. Das heißt, bis dann ein Bildungserfolg sich in der zweiten und dritten Generation einstellt, dauert es natürlich länger, als bei Menschen, die beispielsweise aus einem Akademikeraushalt gekommen sind. Ich glaube, beides brauchen wir. Wir sollten nicht verfallen nach dem Motto, alles ist einfach, wenn wir nur sagen, ihr seid herzlich willkommen. Man muss sich auch anstrengen. Wer hier leben will, muss sich anpassen. Und wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass die Leute hier ankommen. Und wenn jetzt aber beispielsweise die Chefredakteurin der Bild am Sonntag schreibt, Herr Ziemiak, was müssen wir tun, ist die Frage, wenn wir mehr richtig gemacht hätten, würde Erdogan bei uns nicht vor 200, sondern würde Erdogan bei uns vor 200 und nicht vor 20.000 Menschen reden. Ist das jetzt nicht eigentlich auch ein guter Moment für einen Unionspolitiker, sich mal selbstkritisch zu fragen, was man anders machen könnte? Das habe ich ja gerade gesagt. Wir haben zu wenig in den vergangenen Jahrzehnten gemacht, die Union, aber auch alle anderen Parteien, weil wir gedacht haben, die Leute gehen wieder, das wird nicht zu einem großen Problem. Und auf der anderen Seite haben diejenigen, die sehr liberal sind und gesagt haben, Multikulti ist super, lass doch alle ganze Stadtteile nur in türkischer Sprache, das ist doch eine Bereicherung. Nein, am Ende sehen wir, wenn in einem Stadtteil eine andere Sprache gesprochen wird, dann ist das für die Kinder und Jugendlichen ein Hemmnis, sich zu integrieren. Deswegen brauchen wir mehr Sprachkurse, wir brauchen mehr Arbeit in den Sozialeinrichtungen. Aber noch etwas, ich finde, wir müssen auch die türkische Community selbst in die Pflicht nehmen. Das, was ich gerade gesagt habe, ein Anker sind zum Beispiel die TIP-Moscheen, die es gibt in Deutschland. Ich finde, die sind gefordert, bei der Integration zu helfen. Und ich würde mir wünschen, wenn die Leute dort im Vorstand sind, die Mahne und auch die ganze Betreuung von jungen Menschen dort in deutscher Sprache stattfindet und nicht in türkischer. So, und damit sind wir wieder bei der geografisch linken Seite. Herr Jenneroglu, eine ganz offene Frage an Sie. Was glauben Sie, ist das größte integrative Problem in Deutschland? Warum sagen 50 Prozent der Menschen, sie fühlen sich hier im Land als Menschen zweiter Klasse? Und es gibt Gründe dafür, das zu sagen. Es gibt in Deutschland eben nach wie vor eine mangelnde institutionelle Religionsfreiheit für Muslime. Es gibt in Deutschland nach wie vor einen weit verbreiteten institutionellen Rassismus. Es gibt No-Go-Areas. Es gibt Racial Profiling. Es gibt eben eine selektive Beurteilung in den Schulen. Wo sind die No-Go-Areas? Das können Sie Ihnen berichten. Zum Beispiel zuletzt die UN-Kommission hat Deutschland eben institutionellen Rassismus beschieden. und hat gesagt, dass es in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland, sehr viele Ecken gibt, wo Ausländer sich am besten nicht blicken lassen sollen. Es gibt tagtäglich in Deutschland an die 80 rechtsmotivierte Straftaten. Wir haben Rassismus in Deutschland. Sekunde. Sie merken, dass das eine Sendung ist, die sich darum bemüht, wirklich Antworten zu finden. Nein, aber Sie haben die ganze Zeit... Wir haben Rassismus in diesem Land. Sie setzen hier ein Bild von Erdogan voraus. Das ist aus meiner Sicht eine Verklärung. Sie setzen zum Beispiel, Herr Toprak spricht von Opfermentalität und zeigt auf mich, ich glaube, ich bin ein... Warum? Ich bin doch absolut erfolgreich. Ich bin in Deutschland eben... Trotz allem, ich bin in Deutschland eben... Ich habe einen guten Schulabschluss, ich habe in Deutschland studiert, auch die Türkei, auch Erdogan ist ein Erfolgsmodell, weil Sie eben... Weil ich in Deutschland... Genau aus dem Grunde... Genau aus dem Grunde, weil ich als religiöser Muslim in Deutschland niemals... Arme, arme Opfer. Ich bitte Sie, was soll das denn? Sie beleidigen mir den Zeit. Nein, wissen Sie, was Sie die ganze Zeit machen, Sie benedeln die ganze Zeit Totschlagsargumente, damit die Fakten, die ich hier eigentlich gerne erwähnen wollte, die zu den Halbwahrheiten, die hier die ganze Zeit dargestellt werden, auch gehören, damit wir eine richtige Problemanalyse betreiben können. Was Sie eben die ganze Zeit behindern. Weder ich noch Erdogan noch die AK-Partei sind Opfer, wir sind Erfolgsmodelle und deswegen, weil wir... Ich habe Sie gefragt, warum Sie... Die AK-Partei ist in der Türkei seit 15 Jahren an der Macht und die AK-Partei ist deswegen an der Macht, weil sie eben permanent Erfolgsbevorsorgeweisen hat und nicht, weil sie sich als Opfer gerät, das, was Sie gegenwärtig tun. Warum Sie nicht für die SPD oder die CDU im Deutschen Bundestag sitzen, sondern warum Sie nach Ankara zurückgekehrt sind und für die AKP in dem Parlament sitzen? Ich war über 20 Jahre Mitglied der SPD. Ich hätte niemals hier in Deutschland die Möglichkeit gehabt, als frommer Muslim in Deutschland aktiv Politik betreiben zu dürfen. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Aber Moment, Moment, Moment. Herr Özdemir ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die türkische Community in Deutschland gespalten ist. Er ist bis vor 10 Jahren jemand gewesen, der wirklich ein gutes Vorbild für die meisten türkischstämmigen Menschen in Deutschland gewesen sind. Das hat... Nein, Sie kritisieren nicht mehr, Sie dämonisieren. Was Sie darüber hinaus machen, was die Grünen darüber hinaus gemacht haben, ist, dass die Grünen zum Beispiel ihre Religionspolitik völlig auf den Kopf gestellt haben. Eine selektive Religionspolitik, wo eben bestimmte marginale Minderheiten promotet werden, aber die sunnitischen Muslime völlig eben ausgrenzt werden. Herr Ginerud, ich halte nur mal fest, dass Ihre Antwort auf die Frage, warum hier 50 Prozent der Menschen sagen, Sie seien hier Deutsche zweiter Klasse, haben Sie beantwortet damit, dass es eine Ausgrenzung der Muslime gibt und dass wir uns rassistisch mit den Glaubigen verhalten würden, was auch ein Grund war für Sie in der AKP. Das können Sie in jeder Studie nachlesen, ja? Ich wollte es nur einmal zusammenfassen. Aber warum blenden Sie diese Fakten aus? Ich blende nichts aus. Ich versuche nur, sie zusammenzufassen. Warum soll man dann Opfer sein? Ich versuche es nur, sie zusammenzufassen, wenn Sie das bitte gestatten möchten. Ist unser eigentliches Problem, Herr Özdemir, die Religion. Warum funktioniert die Gleichung, Erdogan gleich Muslim, das muss zusammengehören? Das stimmt einfach nicht. Es gibt nicht die Türken, es gibt nicht die Muslime, genauso ähnlich wie es die Deutschen oder die Christen gibt. Vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn wir akzeptieren, dass wir Individuen sind, da gibt es solche und solche und aufhören davon, dass eine Partei den Anspruch hebt, für alle Türken zu sprechen. Ich meine, es ist geradezu vormodern, das hat nichts mit Aufklärung zu tun. Jetzt komme ich mal zu Deutschland. Mein Vater ist vor kurzem gestorben und er wurde muslimisch beerdigt. Die Friedhofsordnung in Baden-Württemberg ist so geändert worden, dass muslimische Beerdigungen legal möglich sind, mit Blick nach Mekka, mit allem, was dazugehört. Sie kennen das genauso gut wie ich. Und jedes Bundesland macht das in Deutschland. Wir haben Gefängnis-Seelsorge, die wir einführen. Wir haben in der Bundeswehr türkischstämmige, arabischstämmige Soldaten, die diesem Land dienen und die bekommen Seelsorge in ihrer Religion. Es gibt in diesem Land Religionsfreiheit. Wir haben kein Problem mit Muslimen. Wir haben kein Problem mit Muslimen. Sie verklären nach wie vor. Wir haben ein Problem mit Verbänden, die ihre Befehle aus der Türkei bekommen und das akzeptieren wir nicht. Muslime, die sich hier organisieren, sind herzlichen Wille. Die Sie permanent promoten, das blenden Sie komplett aus. Ganz kurze Frage an Frau Topschow. Frau Topschow, gibt es eine muslimische These von Herrn Nenaroglu. Gibt es einen muslimischen Rassismus in Deutschland? Lehnen wir bestimmte Gruppierungen, die TIP Iman, lehnen wir die ab? Und zwar so ab, dass sie ein Grund dafür sind, dass sich Türken, die muslimisch glauben, hier ausgegrenzt fühlen. Also es gibt bestimmt Menschen, die Probleme mit Muslimen haben und das hat ja auch seine Gründe, weil der Islam sich ja zuweilen nicht von seiner besten Seite zeigt. Wenn man sich anguckt, in Ländern, wo im Namen Allahs gemordet wird und wie auch immer, das spiegelt sich natürlich dann auch nach Deutschland wider, dass die Menschen das nicht differenzieren können. Aber ich bin vehement dagegen, diese These, dass Muslime per se diskriminiert werden und ausgegrenzt werden und es nervt mich mittlerweile auch ehrlich gesagt, weil die Frage ist ja auch, ich meine, ob ich Diskriminierung annehme oder nicht. Man kann mich diskriminieren wollen und diskriminieren und die Frage ist, was mache ich daraus? Also es hat immer auch einen Moment, in dem ich entscheide, mache ich mich und lasse ich mich zum Opfer machen und lasse ich mich von irgendwelchen großen Politikern darin bestärken, dass ich Opfer bin und in Deutschland Rassismus und Islamfeindlichkeit gibt. Das gibt es sicherlich auch, aber nicht nur. Und in Deutschland ist mehr als das, was ihr Parteivorsitzenden und ihr Staatspräsident hier den Leuten versucht zu vermitteln. Wie groß ist unsere... Darf ich noch einen Satz? Ich lebe gerne in Deutschland und ich finde, dass Deutschland ein tolles Land ist. Es gibt auch sehr viele nicht gute Sachen, aber all das, was ich in Deutschland... Es steht da jemand hinter mir, der eine andere Meinung vertritt. Das Land gibt es in der Türkei nicht und ich verstehe Menschen nicht, die von all dem, von der Rechtsstaatlichkeit bis zur medizinischen Versorgung alles profitieren, dann aber dieses Land so verdammen und für Erdogan Feuer und Flamme sind. Sorry, das verstehe ich nicht. Diese Dialektik, diese Dialektik, diese Dialektik, diese Dialektik, dass man auf der einen Seite... Ich bin jetzt nicht mehr dran, Herr... Ach so, das bestimmen Sie oder was? Also was Frau Topschuh gerne sagen möchte, ich versuche wieder zu sagen... Hat sie die Moderation übernommen? Was Frau Topschuh gerne sagen möchte, ist, dass es vielleicht hier Rechte für Minderheiten gibt und für, also sexuelle, politische Minderheiten und andere religiöse Minderheiten, um die Muslime in anderen Ländern der Welt uns tatsächlich beneiden, weil wir Menschen in diesem Land schützen. Spielt das in Ihren Überlegungen eine Rolle? Natürlich spielt das in meinen Überlegungen eine Rolle. Deswegen, warum bin ich in Deutschland glücklich gewesen? Gerade aus dem Grunde, weil ich eben so viele Freiheitsrechte genießen konnte und weil ich mit meinen Kindern in diesem Land auch glücklich gelebt habe. Und genauso ist es, wir haben in der Türkei Probleme. Aber so, wie es hier dargestellt wird, dass eben quasi die Türkei, nach dem Özdemir die Türkei eben auf eine Diktatur quasi läuft, das ist alles eben einfach nicht den Tatsachen gerecht. Darüber haben wir hier schon wirklich häufig diskutiert. Heute reden wir darüber, was das für die Deutsch-Türken bedeutet. Frau Giffey, nochmal bei der Frage, wie sehr spielt die Religion der Menschen eine Rolle? Wie sehr ist unser deutsches Problem, dass der muslimische Glaube tatsächlich ein anderer ist? Dass wir eine kulturelle Unterscheidbarkeit haben? Also es gibt natürlich große Unterschiede. Wir haben bei uns im Bezirk 60.000 Muslime, wir haben 20 Moscheen, davon sind elf türkische Moscheen. Und man muss einfach sagen, dass die Religion bei diesen Menschen eine ganz große Rolle in ihrem Leben spielt. Und dass die Religion und das, was in den Moscheen gepredigt wird, auch einen großen Einfluss natürlich hat auf diese Menschen. Und es besorgt mich schon, wenn dann bei uns in einer Moschee ein Moscheevorstand komplett ausgetauscht wird, ein Moscheevorstand, mit dem wir bisher gut zusammengearbeitet haben, der für den interreligiösen Dialog gearbeitet hat, der mit uns partnerschaftlich in der Jugendarbeit unterwegs war und der sich geöffnet hat gegen eine ganz andere Vorstandstätigkeit, die wir noch nicht kennen, aber die natürlich von der Türkei beeinflusst ist. Das passiert bundesweit gerade. Wir erleben, dass es an vielen Stellen sehr wohl die Einflussnahme des türkischen Staates bei uns gibt. Wir erleben es auch in kleinen Dingen mit unserer türkischen Partnerstadt, mit der wir eine Volkshochschul zusammenarbeiten. Ich wollte über die deutsche Aversion reden. Ich wollte gerne verstehen, Herr Ziemiak, warum eigentlich die Union viele Konservative ausgesprochen pikiert reagiert haben, als Christian Wolf den Satz sagte, der Islam gehört auch zu Deutschland. Ist das ein zentrales Problem für die Deutschen? Ich glaube, weil er mit diesem Satz vielleicht das Gefühl vieler Menschen in Deutschland falsch eingeschätzt hat. Nämlich die Frage, gehört der Islam genauso historisch wie das Judentum oder das Christentum zu Deutschland? Sage ich, nein. Unser Land ist eben durch Jahrhunderte anders geprägt. Aber natürlich gehören die Muslime zu Deutschland. Und deswegen war dieser Satz so ein bisschen für einige problematisch. Aber ich will noch mal darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben. Wenn Sie gestatten, einen Punkt. Wollen Sie das erklären, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört und die Muslime schon? Die Muslime gehören weil unser Land durch das Christentum. Das ist das Vokabular, das sagt eben, die Muslime haben einen Ballast mitgebracht, das ist der Islam. Nein. Diesen Last sollen Sie ablegen und dann, solange Sie sich kulturell hier assimilieren, gehören Sie dazu. Das ist das. Darf ich jetzt mal wie ist ein Zimiakir. Also Sie wollen doch nicht bis vor kurzem die CDU. Das haben Sie doch auch immer. Sie wollen, Sie wollen, Sie wollen doch nicht bestreiten, dass der Islam genauso dieses Land geprägt hat wie das Christentum und das Judentum. Okay, dann sind wir uns einer Meinung, deshalb sage ich es so. Aber das, was Sie betreiben, ist politischer Islam und das betreibt Herr Erdogan schon seit vielen Jahren und das ist gefährlich. Das ist gefährlich für die Türkei. Deshalb ist er übrigens auch schon in der Türkei einmal verurteilt worden und genau dieses gefährliche Spiel bringen Sie nach Deutschland, indem Sie sagen, ihr seid wegen eurer Religion, werdet ihr ausgegrenzt und Politik und Religion vermischen und das ist gefährlich und ich finde, wir müssen jetzt in einen Dialog treten, auch mit den hier lebenden Muslimen und auch Türken, dass wir das trennen, dass wir das nicht wollen und natürlich gibt es in Deutschland Religionsfreiheit und in der Türkei ist die Situation ja momentan auch so, dass man relativ schwarz-weiß dass man sagt, wer anderer Meinung ist, läuft schnell Gefahr, als Terrorist abgekanzelt zu werden und ich will in dieser Sendung, wo wir hier zusammensitzen, auch nicht vergessen, das hier nochmal anzusprechen, da sitzen Journalisten, unter anderem ein deutsch-türkischer Journalist der Welt, Deniz Yücel, in der Türkei, in U-Haft, die mittlerweile bis zu fünf Jahren dauern kann und das sage ich allen, die uns heute zuschauen, übrigens auch jungen Deutsch-Türken, in der Schmeidungsfreiheit Ich will die Zuschauer, die Deutsch-Türken, die hier sind, wir wollen, nicht glaube ich, jeder will auch für die jungen Menschen, auch für die Journalisten der Türkei, dass sie auch diese Rechte haben, die sie hier in Deutschland haben und wir denken heute auch an diejenigen, die im Gefängnis sind. Wir haben über die Türkei, danke für diesen Hinweis, wir haben über die Türkei auch in dieser Sendung schon mehrere Male gesprochen. Mich interessiert Frau Topschuh folgende Frage, wenn sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Türkei jetzt so zuspitzt, was heißt das dann für die Menschen, die ohnehin das Gefühl haben, in diesen zwei Identitäten unterwegs zu sein? Wird das nicht noch schwieriger für jeden Deutsch-Türken, das in seinem Herzen und im Kopf zusammenzukehren? Also es gibt ja eine Gruppe, ich kann nicht mit Zahlen dienen, aber es gibt eine Gruppe, die reichlich die Schnauze voll hat davon, dass so viel türkische Politik nach Deutschland herangetragen wird und die dann auch mal wieder sagen, wir haben hier eigene Probleme, was Cem ja auch gesagt hat, wir wollen uns damit befassen. Dann gibt es eine Gruppe, die natürlich auch aus einer emotionalen Verbundenheit in die Türkei, die ich auch habe, natürlich sich auch sehr dafür interessieren, in welche Richtung diese Türkei geht. Und die dritte ist, ich weiß nicht aus welchen Gründen irgendwie das Hirn abgeschaltet, alles toll finden, was ihr Reis, der große Sultan macht. Und das Ergebnis davon ist ja, dass das eigentlich das Image aller Deutsch-Türken, egal welcher Fraktion sie angehören, geschädigt ist, massiv geschädigt. Auch weil die Deutsch-Deutschen, die Autochton-Deutschen einfach auch schon mittlerweile genervt davon sind, wie viel Raum diese Debatten einnehmen und wie viel Raum Erdogan hier einnimmt. Und ich finde auch, im Grunde muss man diesen Menschen, der ja eigentlich ein pathologischer Fall ist, gar nicht mehr so viel Raum einnehmen lassen. Was bedeutet es, Herr Özdemir, letzte politische Frage für das Zusammenleben der Deutschen und Türken, wenn Rajiv Erdogan sein Referendum gewinnt? Das ist keine gute Nachricht für die Türkei, keine gute Nachricht für das deutsch-türkische Verhältnis. Und das ist auch keine gute Nachricht für das Zusammenleben hier. Das heißt für uns, wir müssen die Beziehungen zur Türkei komplett ändern. Keine Rüstungslieferungen, keine Wirtschaftshilfe. Ich glaube, dann ist die Türkei auf einem Weg Richtung Putin. Für hier muss das heißen, dass die Deutsch-Türken dringend in diese Gesellschaft geführt werden müssen. Das hat für mich auch zur Konsequenz jetzt bereits DITIB und diese ganzen Organisationen müssen sich abnabeln von Ankara. Es muss zu einer Organisation von in Deutschland lebenden Muslimen leben. Dann unterhalte ich mich gerne. Aber ich will nicht mit Leuten reden, die von Ankara Befehle bekommen. Muslime müssen sich hier in Deutschland als Muslime der Bundesrepublik Deutschland organisieren. Dann können wir über alles reden. Aber ich will nicht, dass Leute hier stellvertretend die Konflikte aus der Türkei in dieser Gesellschaft tragen. Klares Nein. Frau Gipper, was heißt es für die deutsche Community? Das ist eine politische Frage, wenn Erdogan dieses Referendum verliert. Ich glaube, dass beide Fälle natürlich weiter die Spaltung treiben werden. Wir haben ja, die Lager sind ja nicht klar. Es gibt eben die und die. Und manche befürchten bei uns, dass es so oder so zu einem Bürgerkrieg in der Türkei kommt. Und dann ist die Frage, welche Auswirkungen wird das auf unser Zusammenleben hier haben. Ich kann nur hoffen, dass wir es schaffen, über diese Dinge zu sprechen. Und dass wir es schaffen, dass diejenigen, die hier aufgewachsen, hier geboren sind, hier ihr Leben verbracht haben, sich auch zu Deutschland zugehörig fühlen in erster Linie. Und dass sie hier akzeptiert und angenommen sind, weil sonst wird das nicht funktionieren. Wir werden immer diesen Minderwertigkeitskomplex haben und die Diskriminierungserfahrungen, die aufgearbeitet werden und der Nährboden für diese Entwicklung sind. Und dem müssen wir entgegenwirken, vor allen Dingen bei den jungen Leuten. Das ist unsere Zukunft. Wir brauchen die und die müssen sich hier in Deutschland zu Hause fühlen. Und das ist die Aufgabe für die kommende Zeit. Herr Jenner-Ruhl, sagen Sie, das ist eine gute Aufgabe? Genau das ist die Aufgabe. Sie müssen sich hier zu Hause fühlen? Selbstverständlich müssen sie sich. Die meisten fühlen sich auch hier zu Hause. Dann lassen Sie doch alle in Ruhe. Machen Sie nicht Ihre Wahlkämpfe in Deutschland. Ihre dumpfen Bemerkungen, Ihre Beleidigungen, die weise ich zunächst einmal auf das Schärfste zurück. Moment mal, also der Zustand, der Zustand, dieser Bekanter Aggregatzustand. Der Zustand, den Sie eben über andere beschrieben haben, das müssen Sie erst einmal mit sich fertig werden. Ich möchte aber auch einen Punkt zum Beispiel, das Herr Dömer eben aufgegriffen hat. Menschen, die seit 40, 50 Jahren hier in Deutschland leben, die wirklich dem Wohl dieses Landes dienen, die jetzt eben quasi als Anhängsel von Ankara zu diffamieren und permanent in der Öffentlichkeit das Gleiche zu tun, auf der anderen Seite eben von denen zu fordern, dass sie eben ihre Zuneigung zur Türkei aufgeben. Das habe ich nicht von Ihnen gesagt. Das stimmt nicht. Da werden Sie von Ihnen keinen Satz finden. Auf der anderen Seite aber solchen Leuten, die ihre Befehle von Kandil empfangen, die von der PKK empfangen, mit denen in bester Gesellschaft zu sein, da soll er mir erst einmal erklären, das ist überhaupt nicht das zentrale Thema dieser Sendung sein. Wir müssen leider zu Markus Lanz übergeben, der heute unter anderem Heribert Pantl zu Gast hat und Martin Schmidt, den ehemaligen Skispringer. So geht's. Tschüss bis nächsten Donnerstag. Vielen herzlichen Dank.